Paulchen schon wieder bei seinen Minzekessen. So, Paket von der Ulrike ist angekommen. Paulchen, komm mal her. Komm her. Was ist da, geht da, guck mal hier, guck mal, na, das sieht ja schon gut aus, super. Guck mal, hier für Paulchen, alle für Paulchen. So, jetzt sehen wir erstmal die Kamera aus der Hand legen wieder, mal, alle in Ruhe auspacken. So, mal, Paulchen, ja, jetzt bin ich ja wieder baff, ja, das ist ja geil, super, ja, das ist Paulchen, Katowit, klasse, super, na, Mensch, wieso riecht das da nicht essen? Da hast du super, super, ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Danke dir, Ulrike. So, was ist hier drinnen? Ah, Schenkenspeck. Salami. Cool. Das ist was für Paulchen. Eine, ein Raschel, was steht da, Raschelteppich. So, sagen wir mal den Brief erstmal öffnen und lesen, für Horst und Paul. Oh, komm her. Du bist raus, wa? Danke dir, Ulrike. Das ist ja auch niedlich. Prima. Danke, danke. So, jetzt werde ich mal hier auspacken. Oder erst zu Ostern, ne, jetzt schon, ha. Aha, es raschelt, es raschelt in der Tüte. Paulchen kommt. Ja, das ist deins. Alle deins. Alles Paulchen. Und mal hier, ein Eischchen. Ja, da muss ich die Kamera wieder aus der Hand legen. Tja, das ist gut. Schöne Socken. Für eine Wohnung. Für den Winter. Na, Paul. So, hier war auch noch was zum Auspacken. Mal schauen, was das hier ist. Na, das ist ja super. Horst. Klasse. Paule schnuppert. Super, danke dir, Ulrike. Eierschen. Was ist das? Marmelade. Kürbos-Orangen-Marmelade. Einmal Jagdwurst. Super. Ah, was zum Knappern für zwischendurch. Ja, hatte ich nur Danke-Danke sagen. Paulchen-Futter. Ja, drauf sitzen tut er ja schon erstmal. Ja, überlegt er. Nimm ich dir doch gar nicht weg. Ah, nicht scheint ihm zu gefallen. Er reibt seinen Kopf dran, ne. Hier. Okay. Okay. Ach naja, die Papiertüte ist erstmal interessanter, wa? Die einfachsten Sachen sind die besten. Ein Stück Papier und eine Katze ist glücklich. So, erstmal alles wegräumen und ein Video zusammenbauen. Und der interessiert sich erstmal für das Papier. Das ist typisch Katze. Starl rårt. Ja, machHHHH. Okay. Neig goal.